KI-Aktien werden demnächst fallen, klingt erstmal sehr Clickbait, ich weiß, aber ich habe feste Beweise dafür, warum das so sein wird. Und das werde ich dir in diesem Video zeigen. Viel Spaß dabei! Und zwar müssen wir dafür mit dem Konzept des Gartner Hype Cycles vertraut werden. Die Gartner Group selbst ist ein Institut, was immer schaut, was haben wir aktuell für neue Technologien und wie passen die sich quasi an die Öffentlichkeit an, können wir sagen. Und dazu gibt es immer so ein typisches Schema, wie Technologien in Umlauf kommen und wir müssen uns dabei bemerken, je mehr quasi eine Technologie in der Öffentlichkeit ein Standing hat, umso mehr Gewinn kann man auch daraus ziehen. Ganz einfach gesagt. Wir gucken uns das mal an, wir haben jetzt hier quasi zwei Skalen im Gartner Hype Cycle, kannst du gerne auch mal googeln. Hier drüben ist die Zeit T und hier oben, sag ich mal, ist jetzt der Profit quasi ein Dollar letztendlich. Und typischerweise sieht es immer so aus, wir haben fünf Phasen. Am Anfang haben wir immer so ein bisschen so eine Einführung dieser Technologie, dann gibt es irgendwann so einen richtigen Hype von jener Technologie und dann allerdings direkt auch so eine richtige Enttäuschung danach. Typischerweise ist das so, wie man merkt, okay, ja, die Technologie hat schon ganz schön gute Anwendungen. Plötzlich jeder will eine Technologie nutzen und danach merkt man, okay, na warte mal, sehr geile Technologie, aber so geil nun dann doch auch wieder nicht. Das heißt, da gibt es dann immer so die ersten großen Skeptiker und es wird aber auch breit gemacht, warum jene Technologie doch nicht so das neue achte Weltwunder ist letztendlich. Und dann aber wären wir so eine richtige, so ein Tal der Enttäuschung, heißt das direkt auch zumindest im deutschen Übersetz von der Gartner Group. Da kommen auch wieder Leute zu sagen, okay, na warte mal, ganz so schlecht ist es jetzt auch nicht die Technologie, wir könnten die ja schon nutzen. Und so wird die quasi langsam, aber sicher wieder quasi mehr eingeführt, mehr genutzt und kommen wir an so direkt so ein Plateau, wie wir es auch nennen. Das ist so der typische Verlauf von so einem Hype Cycle. Hat man bei allen Technologien, die wir bisher gesehen haben, exakt so gesehen. Und wir müssen uns mal fragen, wo genau liegt aktuell dieses ganze KI-Zeug? Einfach bloß um zu wissen, haben wir gerade aktuell noch sehr viel Luft nach oben oder vielleicht eher nicht? Wie sieht es genau aus? Aber bevor wir das machen, will ich noch kurz auf eine Aktion mit meinem Broker XTB hinweisen. Hier hast du die Möglichkeit, drei Monate lang mit mir gemeinsam Live-Trading zu machen, sprich unser Finanzrauter Premium Gold zu bekommen. Wie genau das geht, die 4-Schritte-Anleitung habe ich dir mal in der Videobeschreibung ganz oben verlinkt. Klick dich auf jeden Fall gerne rein und dann hoffe ich doch, dass ich dich bald schon bei mir im Livestream sehen kann. Jetzt wo das geklärt ist, können wir wieder zurück zum KI-Thema gehen. Und zwar habe ich jetzt hier den Gartner Hype Cycle for Artificial Intelligence. Und wir sehen direkt erstmal hier diesen typischen Verlauf wieder, den wir früher oder später halt erwarten. Und wir merken auch, hier gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Arten, die wir in dieser AI-Sektion quasi haben. Für mich am interessantesten ist vor allem hier oben der Punkt Generative AI. Das ist das, wo Aktien zum Beispiel wie Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, aber auch zum Beispiel IBM oder zum Beispiel auch, was auf jeden Fall was sagen wird, Photoshop von Adobe beispielsweise. Also die Adobe-Aktie selbst, die sind hier alle groß mit dabei. Wenn wir die ganzen Aktiennamen gehört haben, dann sollte uns auffallen, das sind ja vor allem die großen Aktien, die auch gern mal den Markt bewegen können. Und was für uns vor allem jetzt hier an der Grafik auffallen, sollte es vor allem, dass wir hier gerade wirklich an diesen quasi hier Peak of Inflated Expectations sind. Das heißt, hier ist quasi genau das, wo wir sagen, ja, natürlich ist das eine richtig geile Sache mit der ganzen Generative AI, aber warte mal, gibt es nicht den, den, den und den Kritikpunkt letztendlich? Bevor wir quasi jetzt hier in dieses Tal der Enttäuschung quasi reinfallen, was ich vor uns gerade eben schon so beschrieben habe. Das ist quasi für mich die Frage, natürlich, wir haben auch einige andere Arten aus dem KI-Sektor, die natürlich noch deutliches Steigerungspotenzial haben, aber für mich ist es am wahrscheinlichsten, dass wenn natürlich die großen Aktien fallen werden, dass die gesamte Branche erstmal den großen Rücksetzer im Aktienmarkt auch machen wird. Sprich, alle KI-Aktien werden fallen, selbst wenn die Technologie hier vielleicht noch gerade erst vor ihrem Hypen noch steht und so weiter und so fort. Zum Beispiel jetzt hier Carshot AI oder AI Engineering und sowas. Natürlich hat das selbst noch ganz, ganz, ganz viel Wachstumspotenzial, auch langfristig, ganz klar, aber kurzfristig können die Aktien natürlich auch mit runtergezogen werden. Hier sind wir natürlich an der Börse, das heißt, wir können überlegen, wenn wir eine Erwartung haben an Aktien, beispielsweise, wie können wir davon auch profitieren bestenfalls? Und da ist meine Idee zu sagen, naja, aktuell irgendwie groß in KI-Aktien zu investieren, würde ich nicht mehr. Du hast es vielleicht auch selber gemerkt, vom Gefühl her sind wir wirklich in so einem richtigen Hype auch drinne und der Gartner-Hype-Seige hat uns das ja gerade eben auch bestätigt. Das heißt, jetzt unbedingt noch KI-Aktien zu kaufen, vermutlich nicht so clever. Was meine Positionierung ist, aktuell KI-Aktien bin ich flat, das heißt, ich habe da keine Position offen. Vielmehr halte ich einfach bloß viel Cash bei mir in den Depots drinne, vor allem im Langfristdepot, wo ich dann daran partizipieren möchte und warte ab, bis diese ganzen Aktien, die mit KI viel zu tun haben, bis die quasi ordentlich fallen. Das wird natürlich vermutlich auch ein S&P mit runterziehen und so weiter und so fort. Alles gut, aber darum soll es jetzt hier nicht gehen, sondern rein die KI-Aktien. Und da gehe ich davon aus, wenn die runtergefallen sind, dann werde ich so Stück für Stück quasi die besten Aktien raussuchen. Weil das Problem dabei ist, wenn wir gerade in so einem Hype mit drinne sind und dann am Ende werden alle Aktien abverkauft, es wird genug Unternehmen geben, die so ein kurzes Ende des Hypes nicht überleben werden. Das heißt, da müssen wir wirklich Cherrypicking betreiben und gucken, wenn hier wirklich so langsam diese Enttäuschung bezüglich KI und sowas da ist. So irgendwie gucken, okay, was sind davon wirklich so die Gewinner, die in Zukunft trotzdem noch langfristig überleben werden. Und die versuche ich dann quasi zu kaufen und so mit kleinen Stückchen bei mir im Langfristdepot quasi aufzusammeln. Ist mein Vorgehen zumindest, wie du es machst, ist dir überlassen. Dafür kann ich weder haften oder was anderes. Ich bin für dich auch bloß ein Typ im Internet, der seine Ideen für die Börse teilt.